Bislang haben wir Ereignisse kennengelernt, die immer zu einem Zustandsübergang geführt haben. Es kann aber auch Ereignisse geben, nach denen unser Objekt bzw. unser System noch immer im selben Zustand ist. Jedoch bewirken diese Ereignisse etwas im Gesamtsystem und müssen daher im Zustandsdiagramm modelliert werden. Diese sogenannten inneren Übergänge oder inneren Transitionen sind Gegenstand des folgenden Abschnitts. Ereignisse können Zustandswechsel auslösen. In diesem Fall spreche ich von einer äußeren Transition, weil ich von einem Zustand in den nächsten wechsle. Jedoch gibt es auch Ereignisse, die keinen Zustandswechsel auslösen, sondern nur die Ausführung einer Aktivität im aktuellen Zustand veranlassen. Es erfolgt kein Zustandswechsel und daher sprechen wir von einer inneren Transition. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Wir haben den Zustand Z und das Ereignis E triggert die Ausführung der Aktivität A. In diesem Fall sprechen wir von einer inneren Transition. Die Darstellung ist äquivalent zu der Darstellung auf der linken Seite, wo wir eine Selbsttransition haben. Selbsttransition bedeutet, dass der Übergang vom Zustand zu sich selbst erfolgt. Das Ganze ist genau dann äquivalent, wenn keine Entry und Exit Aktivitäten vorhanden sind. Zusätzlich könnte ich auch hergehen und Aktivitäten, die auf allen eingehenden Transitionen vorkommen, in den Zustand zu ziehen, indem ich diese Aktivität als Entry Aktivität im Zustand Z hier spezifiziere. Gleiches gilt auch für den Fall, dass auf allen ausgehenden Transitionen eine Aktivität wie hier A2 vorkommt. In diesem Fall kann ich diese A2 Aktivitäten in den Zustand ziehen und sie als Exit Aktivität hier angeben. Wir haben zuvor festgehalten, dass eine innere Transition mit einer Selbsttransition äquivalent ist, für den Fall, dass keine Entry oder Exit Aktivitäten vorhanden sind. Und jetzt sehen wir uns an, was denn diese Entry und Exit Aktivitäten eigentlich bewirken. Wir haben dazu ein Beispiel, wo wir den Event 1, der die Aktivität 3 auslöst, als innere Transition im linken Fall modelliert haben und als Selbsttransition im rechten Fall. Links gilt, wenn Event 1 auftritt, wird Aktivität 3 ausgeführt und wir befinden uns die ganze Zeit im Zustand 1. Auf der rechten Seite gilt, wenn der Event 1 auftritt, gehen wir vom Zustand 1 weg, führen die Transition durch und landen wieder im Zustand 1. Dementsprechend müssen wir zuerst die Exit Aktivität 2 durchführen, danach die Transitions Aktivität 3 und schließlich die Entry Aktivität 1 durchführen. Das heißt, bei Auftreten des Event 1 führen wir Aktivität 2, 3 und 1 durch, während wir bei der inneren Transition nur die Aktivität 3 durchführen. Wir kommen noch einmal zurück zu unserem Beispiel der Digitaluhr. Auch bei diesem Beispiel haben wir Selbsttransitionen. Nämlich beim Stellen der Stunden bzw. beim Stellen der Minuten haben wir hier, wenn wir den Inkrement Knopf drücken, eine Selbsttransition. Wir könnten natürlich auch diese Selbsttransition als innere Transition modellieren. Wo wäre dann der Unterschied? Und die Lösung lautet natürlich bei der Entry Aktivität. Nämlich in diesem Falle der Selbsttransition würde ich immer wieder aufs Neue in den Zustand Set-Ouers zurückkehren und jedes Mal piepsen, wenn die Stunde bzw. die Minute erhöht wird. Würde ich das Ganze als innere Transition modellieren, so würde nicht jedes Mal gepiepst, wenn die Stundenanzahl bzw. die Minutenanzahl um 1 erhöht wird. Wir widmen uns nun der Ausführungsreihenfolge von Aktivitäten bei einem Zustandsübergang. Sehen wir uns dazu am besten das folgende Beispiel an. In dem folgenden Beispiel starten wir nach dem Startknoten mit dem Zustand S1. Und wir fragen uns, wenn der Event E auftritt, welchen Wert hat danach X? Also, zu Beginn starten wir mit S1 und beim Eintreten in S1 wird der Wert von X auf 4 gesetzt. Nun tritt das Ereignis E ein und wir müssen als Folge die Bedingung überprüfen. Nachdem wir X ja gerade auf 4 gesetzt haben, ist die Bedingung, ob X gleich 4 ist, erfüllt, damit true und es wird ein Zustandsübergang von S1 nach S2 ausgelöst werden. Dabei verlasse ich als erstes den Zustand S1 und hier wird X um 1 erhöht und somit hat X den Wert 5. Danach wird die Aktivität des Zustandsübergangs ausgeführt. Hier wird X verdoppelt und dementsprechend hat X den Wert 10. Und als letztes treten wir in S2 ein und hier wird als Entree Aktivität X um 1 erhöht und damit hat X schlussendlich den Wert 11. Wir haben jetzt also nicht nur innere Übergänge behandelt, sondern uns auch um die Reihenfolge der Abarbeitung von Aktivitäten im Falle eines Zustandsübergangs gekümmert. Ein Zustandsübergang wird grundsätzlich immer durch ein Ereignis ausgelöst. Welche Arten von Ereignissen es gibt, darum geht es im nächsten Abschnitt.